Und deswegen freue ich mich als Nächsten, ich muss auf meinen Zettel gucken wegen dem Namen, die Nicole Techler begrüßen zu dürfen. Nicole, ich habe mich eben kurz mit dir unterhalten, macht ganz viel Präventionsarbeit. Präventionsarbeit ist von daher gesehen sehr wichtig. Wenn wir das den falschen Leuten überlassen, dann kriegen wir die Politik nicht mit ins Boot. Das sieht man ja gerade auch an der derzeitigen Diskussion, es geht immer nur um Kinder- und Jugendschutz und Hilfe, Hilfe, die Kinder sollen nicht kiffen, obwohl ja keiner vorhat, dass Kinder kiffen. Aber dazu braucht man auch gute Ideen, wie man, ich nenne das immer, oder nicht nur ich, das heißt in der Fachsprache, einen konsumakzeptierenden Beratungsansatz bei Kindern und Jugendlichen umsetzt. Und dazu hat sich die Nicole nicht nur in ihrem Projekt Truck Centenary for Children, sondern auch zusammen mit MyBrainMyChoice ein paar Gedanken gemacht. Und deswegen freue ich mich heute, die Nicole hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Bitte die, die hinten sitzen, vielleicht noch 3,50 Meter nach vorne zu bekommen und die Nicole zu begrüßen. Herzlich willkommen, Nicole. Ja, danke Micha für die nette Ansprache. Jetzt muss man sagen, haben wir heute schon ganz viele gute und wundervolle Reden zum Thema Hanf und Cannabis gehört. Und wir sind uns sicherlich alle einig, ja, es wird Zeit. Es wird Zeit für Veränderung, es wird Zeit für Entwicklung, es wird Zeit für die Inkriminalisierung von Millionen von Menschen sowie einer uralten Nutz- und Heilpflanze, die seit Beginn der Existenz unserer Gesellschaft schon da war und auch weiterhin immer da sein wird. Ja, wenn wir mit unseren Kindern über Cannabis sprechen, dann heißt es üblich, es ist Teufelskraut, es macht dich süchtig und du verlierst die Kontrolle über dein Leben. Ja, wir kennen es alle. Das, was verboten ist, ja, das weckt umso mehr Interesse in uns. Wir wollen wissen, was es ist, wieso es verboten ist, die Grenzen testen und das ganz besonders auch als junger Mensch. Ist es wirklich so, wie es die Erwachsenen sagen, darin liegt eines unserer Kernprobleme aktuell. Die Kinder und Jugendlichen müssen sich ihr Wissen darüber selbst beibringen. Sie bringen sich quasi selbst bei, wie und was man konsumiert. Durch Filme, Musik, Freunde, Internet und so weiter. Und ich möchte uns ganz ehrlich alle fragen, ist das wirklich das, was wir weiterhin so machen wollen? Liebe Politiker und Politikerinnen, ihr sagt zwar, dass euch der Kinder- und Jugendschutz äußerst wichtig ist, aber bitte macht euch bewusst, dass zum Beispiel mit dem Verbot von Konsumräumen die Wahrscheinlichkeit, dass Minderjährige aktiv mit Cannabis in Kontakt kommen, enorm steigen kann. Ich fordere euch im Sinne eines korrekten Kinder- und Jugendschutzes, aber auch im Sinne des Schutzes eines jeden Einzelnen von uns dazu auf, die rechtliche Lage in Bezug auf Konsumräume weiterzuentwickeln und zu verbessern. Es sollen ja schon Sucht- und Präventionsbeauftragte in Anbauclubs vorhanden sein. Worin liegt also das Problem, den Konsumraum als Teil ihres Aufgabenbereichs zu etablieren? Oder sollen wir etwa als Erwachsene und Elternteile daheim vor- oder sogar mit unseren Kindern konsumieren? Uns weiter stigmatisieren lassen, indem wir uns für den Konsum in den Wald verkriechen müssen? Wir müssen uns nur mal vorstellen, wenn wir die ganzen Regelungen auf Alkohol anwenden würden. Dann würden wir wohl nach Frankreich das nächste Land sein, das für eine große Revolution bekannt wäre. Schulen und Institutionen, die mit Kindern arbeiten, können heute schon ihre Kinder in diesen Bereichen des Lebens schulen. Drug Education, Abuse Prevention, mal nicht von der Justiz durchgeführt. Der Kontakt zwischen den jungen Menschen und der Polizei, die in die Schulen kommen und aufklärt, aber im Endeffekt nur abschreckt, ja, es führt einfach zu nichts anderem als Unwissenheit, Trauma, Angstzuständen und Stigmatisierung. Und das gerade schon bei jungen Menschen von früh auf. Vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, welchen Einfluss die Tabak- und Alkoholindustrie auf unsere Kinder und Jugendlichen ausüben. Wenn Kaugummi-Zigaretten und Süßzeug in Alkoholflaschen ähnlichen Fläschchen in Kiosken verkauft werden. Nein, ganz ehrlich, wer findet das nicht cool als Kind, wenn man so tun kann, als würde man rauchen und trinken. Wenn selbst die Helden wie Pinocchio in der alten Disney-Version an einer Zigarette zogen. Es geht nicht mehr um die Frage, ob wir entkriminalisieren oder legalisieren, sondern wie wir das nun genau machen werden. Schulungs- und Bildungsprogramme, Workshops sowie der Fokus auf die Aufklärung der jungen Menschen zu Cannabis in jeglicher Form, nutzenorientiert und gezielt, ohne Prohibition und Verbote. Je früher wir anfangen, Kinder und Jugendliche altersgerecht aufzuklären, desto eher können wir dazu beitragen, dass der frühzeitige Konsum im jungen Alter verhindert werden kann. Wir brauchen eine Vertrauensbasis, auf der wir alle gemeinsam, Eltern, Kinder, Jugendliche und Experten, ein Risikobewusstsein schaffen, welches die jungen Menschen als Individuen und Entscheidungsträger mit einbezieht. So können wir zum Beispiel gemeinsam Safer Use und Harm Reduction Angebote zielgruppenspezifisch und flächendeckend ausbauen. Als starke Kindertrainerin, Präventions- und Persönlichkeitstrainerin arbeite ich täglich daran, Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen Bereichen aufzuklären und zu unterstützen. Und das hoffentlich auch bald gemeinsam mit euch. Ich danke euch vielmals an alle, die heute hier waren, die sich die Zeit genommen haben, uns allen zuzuhören. An die Organisatoren der Hanfparade, die sich so viel Mühe gegeben haben, das Ganze hier auf die Beine zu stellen. Ich danke euch vielmals. Ich danke euch.